Und damit Willkommen zum Pimpos Opening! Okay, ich würde sagen, lass uns lange warten und direkt anfangen mit dem allerersten Paket. Ich weiß nicht, welches ich auch machen soll, weil es gibt ganz schön viele hier. Danke erstmal an der Stelle. Und by the way, falls ihr mir ein Paket zuschicken wollt, die Adresse ist jetzt auf meinem Bauch eingeblendet. Danke! So, ich brauche jetzt ganz kurz ein Messer. Danke! Gut, das erste Paket ist von Cornelia. Soll ich das nicht so... Das ist gefühlt das schwierigste Paket zum Aufmachen. Ja! So, das erste Paket ist von Jorena. Ticker. Also wirklich. Das funktioniert. Ich kann das. Ja! Nee, noch eine Box. Vorsicht! Es besteht die Gefahr, dass sie sich mit Dummheit anstecken. Oh man. Easy. Ich bin verwirrt. Ist das ein Drück mich? Oh Gott, ist das ein Drück mich? Oh Gott, so viel Text. Okay, das ist zu viel Text im Vorlesen. Ich kann die Sachen jetzt alle nicht durchlesen. So, nächstes Paket von Moritz. Mal gucken, was drin ist. Wie soll ich das mit dem Löffel aufmachen? Das ist unmöglich. Ja! Oh, ein Text. Laut im Stream lesen. Wir sind nicht live. Oh! Hallo Mexify. Ich habe dir hier ein paar Holz-Emotes mit deinen Motiven gemacht. Ich hoffe, sie gefallen dir. Vielleicht hast du das Projekt auf deinem Server in Bastel... Äh, denkst du eher spät? Nee, hab ich nicht. Tut mir leid. Liebe Grüße, Moritz! Meine Emotes? Holy shit! No way! GG! Alter, wie sick ist denn das? LOL! Was war? Die sind nice! Die sind ultra sick! Noch eins! Was? Das ist wie Weihnachten! Nice! Na? Ich weiß nicht, zu welcher Kamera ich gucken soll. Ist gut verleid. So, nächstes Paket ist von... Sarah! Okay. Wow! Da ist ein Nagelack drin. Teil! Vielen Dank! Ja, warum so viel? Hallo! So, warte, hier ist noch was drin. Na man, wie süß! Leute, das passt nicht. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Das kann man nicht aufmachen. Also, beim besten Willen. Ich weiß nicht, wie ich das über mein Handgelenk bekommen soll. Aber vielen, vielen Dank, Sarah! Die hebe ich mir auf. Kommen alle in mein Badezimmer. Warte mal. Warte mal, vielen Dank für die ganzen Briefe. Die ganzen Briefe werde ich wahrscheinlich on-stream lesen, weil für das Video würde das einfach zu lange dauern. Deswegen lesen wir die on-stream. Okay? Nächstes Paket ist von... Cornelia! Okay. Ich glaube... Ich glaube, das wird niemals mit den Löffeln klappen. Ne. Ich brauche was anderes. Ganz ehrlich. Tut mir leid. Das funktioniert so nicht mit dem Ding. Was anderes, bitte? Wirklich? Wie soll das damit funktionieren? Das geht doch auch niemals, oder? Das krieg ich niemals auf. Wirklich nicht. Tut mir leid, hab ich das falsche gegeben. Dicke, es ist nicht euer Ernst. Oh, da. Danke. Ich krieg's nicht auf. Ich krieg's nicht auf. Ah, ich bin zu stark. Oh, ihr süßen Fuchs. Und ich weiß nicht, was das ist. Wozu sind die Dinger gut? Und ich versteh... Drückt man das einfach nur durch? Das soll richtig im Hype sein, die Scheiße. Das soll im Hype sein? Ja. Was macht man damit? Ich weiß es nicht. Das gibt's an Kassen zu kaufen, so. Ich versteh die Dinger nicht. Nächstes Paket von... Linus. Das ist oben. Okay. Hier ist oben. Wichtig. Wichtig und richtig. Okay. Wanted... Wanted. Süß. Oh mein Gott. Das ist... Das ist nicht euer Ernst. Sicher ist auch gar keine Süßigkeiten. Will ich das haben? Nein, ich krieg's gar nichts. Hä? Das sind polnische Süßigkeiten, ne? Das sind polnische. Oraiki. Prinz Polo XXL vor allem. Prinz Polo normal. Und wir haben noch... Brauchst du Hilfe? Ja. Kdache mleczko. Normal bitte. Kdache mleczko. Kdache mleczko. Kdache mleczko. Kdache... Kdache? Kdache mleczko. Kichde mleczko. Kdache mleczko. Kdache mleczko. Seinsp für euch. Ey, wenn die jetzt nicht schmeckt. Ist schon geil, ne? Ist schon geil, und sehr süß. Ja, will lieber Schokolade einzeln. Die ist voll gut. Aber ich darf nicht mehr essen. Leute, warum schickt ihr mir Süßigkeiten? Bitte, weil ihr dafür keine Süßigkeiten schickt. Ich will alles essen gerade, ne? Okay, nächstes Paket ist von Leo. Ich mach's auf, finde ich. Wenn ich versuche. Kannst du mir bitte was geben, womit ich das wirklich aufmachen kann? Ist das nicht dein Ernst, oder? Wie soll ich mit der Bürste das aufmachen? Das ergibt gar keinen Sinn. Oh, warte, ich muss jetzt nicht öffnen. Das ist ja eben nicht im Ernst, oder? Also, hier ist überall dieses, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, okay, dieses Schutzpapier. Das ganze Schutzpapier ist dafür eine Sache, und zwar für einen kleinen Dino. Oh, wait, das ist ein kleiner Dino. Oh, wait, jetzt kann ich's verstehen. Okay, nevermind. Der ist voll süß. Da war nichts anderes mehr drin. Da war nur ein kleiner Dino drin. Okay, okay, okay. Yo, wait. Ui, Memo. Alter, einiges Spiel? Wait, jetzt bin ich gespannt. Was wird das? Das sind Bäume. Ich fühle mich wie so ein kleines Kind wieder. Nein. Mit einem Controller in der Hand. Guck mal, wie süß der ist. Das bin einfach ich. Der ist ja ultra sick. Wait, was ist da noch drinne? Ein Dino. Wow. Den packen wir jetzt noch dahin. Oh. Und jetzt kommt ein Schneesturm. Schneesturm. Oh, Mist. Nächstes Papier ist von. Mäder. Nein, wie süß. Mäder von. Timmelt um mir. Okay. Hier ist ein Brief drinne. Den lese ich dann durch. Dann habe ich... Nein. Ja. Happy Angry. Happy Angry. Oh, wait, was ist das? Ich habe irgendwo kaum, glaube ich. Cool. Das ist sowas sick. Ist das so ein... Ah. Ja. Ah. Ist das ein fake, oder? Nein. Wie lange kannst du den halten? Ein paar Sekunden. Ach nee, noch ein bisschen. Aber nein. Du stehst noch auf dem Schuh. Nein, nein, nein. Ah, mach, 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 mach. Oh, Mann. Oh, ne Krone. Oh. Die sitzen? Teils. Ne, sorry. Was habe ich hier jetzt noch? Eine Beauty-Mask. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Aber ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich gucke mir auch keinen Touch-Mask an. Äh. Das ist ja voll juicy. Äh. Äh. Könnte ich vielleicht irgendwas haben? Äh. Äh. Das macht man sich aufs Gesicht? Das ist voll eklig. Oh, no. Oh, no. Wait, ist das für die Nase? Hä? Hä? Ah nee, das ist schon so. Das war schon richtig. Ist so richtig. Ich habe Löcher reingemacht, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Vielen Dank für die Maske. Wollen wir das bitte wieder haben? Nein, das brauche ich nicht. Wir haben kein C-Bar mehr zu Hause. Okay, tut mir leid. Dankeschön. So, okay, nächstes Paket ist von Amazon direkt. Wait. Kann ich die Maske abmachen? Ja. Okay, danke. Du strahlst mir die... Okay, nee. Wie? Ja, okay. Ich habe so ein ungutes Gefühl, wenn das von Amazon ist, dann ist es, glaube ich, nichts Gutes. Ey, ist es sogar als Geschenk eingefragt? Ich weiß nicht, wen ich danken soll, ne? Da ist eine Karte dran. Ach, da ist eine Karte dran. Du hast recht. Mein Optimus Driver! Queen! Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Okay, wait. Ma... Makone? Was ist eine Makone? Eine Makone ist eine Krone. Ey, noch eine Krone von einem zur anderen Krone. Oh, Mann. Oh, Mann. Stachel. Ah, ah, oh, 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 oh. Das tut echt schön sehr, sehr weh gerade. Das tut wirklich sehr, sehr weh. Oh, mein Gott. Ah, die Dinger sind echt gut. Ich habe das Gefühl, ich sterbe dadurch. Nächstes Paket ist von Nadine. Ganz kurze Story zu dem Paket. Da steht ja drauf, Vorsicht, Lars. Als wir das Paket gestern abgeholt haben, hatte die Frau vom Paketdienst, hat es in mehreren Kartons übereinander geklappt gehabt. Und das ist echt schon hier runtergefallen. Da steht sogar drauf, Vorsicht, Lars, be careful. Das ist halt das einzige Ding, was runtergefallen ist. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Bedenken, dass es kaputt ist. Ich hoffe nicht. Brief lese später. Oh, Mann, das sind mehrere Sachen. Kleine Produkte. Jetzt weiß ich nicht, was mit Glas gemeint ist. Ich habe so viel jetzt schon, ne? Das ist nicht... Oh, Mann. Wenn Sie sagen, wenn Sie sich in den anderen Dingern, ist auch so was drin. Nee, wait, das... Das ist ja... Wo ist der kaputte Löffel? Also eigentlich, das, was ich jetzt mache, sollte man eher weniger machen. Hast du das jetzt gemacht? Ich glaube, ja. Guck mal bei dir ganz kurz drauf. Ich glaube, du hast Schimmel oben. Nein, das ist wirklich. Das ist voll... In vielen Ländern zählt Schimmel als Edelart. Das war so gut verpackt, da wird kein Schimmel drin sein. Okay, ich probiere es mit meinem tollen Löffel. Oh, ich habe es sogar als Ablage benutzen eigentlich. Ist das nicht praktisch? Wow, das habe ich gut gemacht. Gut gemacht, Maxi. Also, ganz ehrlich, sowas sollte man eigentlich nicht machen. Na, überhaupt nicht. Ist das süß. Zuckerschock. Wow. Ja, hallo. Das reicht. Das reicht. Na, vielen jährlichen Marmeladen. Die kann man wirklich noch essen. Ich dachte, da ist Schimmel drauf, aber es ist kein Schimmel. So. Und dann ganz viele Bilder. Guck mal, hier bin ich stark. Hier freue ich mich. Hier freue ich mich noch mehr. Ey, wieso so viele Bilder? Hier freue ich mich auch. Und? Das sind so alte Schulhefte. Die kennen doch früher aus der Mathe-Schule. Aus der Mathe-Schule? Jede Seite ist beschriftet. Nadine, vielen Dank für dein Paket und danke, by the way, an das ganze Nagellack-Dings. Ich hoffe, das sieht fancy aus. Ich kann das absolut nicht, Leute. Vielen Dank für die ganzen Sachen. Es sieht zu scheiße aus. Ich kann es nicht. Es tut mir leid. Nächstes Paket ist von... Marei. So, vorsichtig aufmachen. Guck mal. Nee. Kannste nicht machen. Danke für die Corona. Man kann den Brief irgendwie hier vorlesen. Die Zeit habe ich leider nicht, um alles gerade vorzulesen. Was sind sehr viele Sachen. Und das ist sogar ein komplette Schulheft. Also ich habe hier sehr viel... Äh... Viel mehr für Toilettenpapier. Oh, da ist ein Dino drauf. Das brauche ich doch. Das wird nie benutzt. Regi, können wir vielleicht Mino haben? Ich habe nämlich eine Weihnachtsmütze von ihm bekommen. Der Kopf von Mino ist ein bisschen zu dick. Aber Pien, danke für die Weihnachtsmütze. So. Was ist hier? Das probiere ich jetzt nicht. Hundefutter. Das ist Hundefutter. Oh. Ein? Ein von beiden? Nee. Ein. Doch, ein von beiden. Ich schaff's. Oh. 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 Danke für das Hundefutter. Kappler. Kappler steht, warum Hunde das mögen. Willst du das andere probieren? Wirklich. Und wie? Hier mache ich alles. Es reicht nämlich alles in den Mund. Nee, das riecht nicht runter. Darf ich mal? Riech mal. Oh. Das ist eklig. Das ist wirklich eklig. Danke, Perka. Ich nehme rein. Oh. 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 Ich hab's auch gewissen. Oh. Aber ich muss dich schlucken, oder? Doch. Nee, nein. Sehr nice. Vielen, vielen Dank für das Hundefurz, ich werd mir doch später alles reinhauen, danke. Hier, kannst du ja später... Riecht es schlimmer als es schmeckt? Es schmeckt schlimmer als es riecht. Nächstes Paket vom Koch, Amelie. Maxi ist Co... 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 Maxi ist Kochbuch. 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 Ey, das ist ein Kochbuch. Nudelnlauflauf à la Maxi. Ey, das ist das, was wir gemacht hatten, ne? Ja, diese Proteinpancake, ist auch drinne. Ist genau der... Wait, ist das der Pancake? Und hier ist sogar noch ein Dino drin. Alter... Wow! Wow! Oh mein Gott, yes! Ray, Crisp, Proteinba. Alter, Proteinba leit mir so rein. Ich hab mir das abgelaufen. Guck mal nach. Guck mal nach. Das ist kein Job, der ist echt abgelaufen. Weißt du, wirklich jetzt? 4.12.2019. Danke nochmal für den abgelaufenen Riege, ne? Das reicht. Ach, das ist mir geil. Nächstes Paket von M. Punkt. Ich hab hier Zuckerwatte. Die wird direkt probiert. Ah! Damn, Bro! Iced out! Sehr, sehr nice. Vielen Dank für den Ohrring. Wirklich. Sehr schön. Mund-Nase. Oh, das ist eine Mund-Nase. Ja, Alter, drei Stunden drüber. Hier, Alter. Nichts? Ein bisschen klein. Ich glaub, die ist für Kinder. Die passt ja. Ich will auch klein. Noch ein Paket von... Maris Salz. Maris Salz. Ach, ich kann nicht so easy aufmachen. Dino-Unterset... Ach, das ist ein Dino-Untersetzer? Wait, der ist süß. Selbstgemachte Kette. Die passt zu meinem Style heute, oder? So, nächstes Paket ist von Dominic. Kleiner süßer Mops. Ups. Tot. Kleiner süßer Mops. Ich häkle ab und zu gerne. Als die Anleitung dafür sah, muss ich sofort an sich denken. Ich hoffe, es gefällt dir genauso wie mir. PS? Ja, das PS hab ich auch schon durchgerissen. Ups. So, nächstes Paket von Franziska. Okay, vorsichtig aufmachen. Ein Amogus-Bild. Amogus. Wait, das ist ein kleines Lego-Set. Maxi. Aus Lego. Ich hatte vorher auch Lego. So, Leute, vielen Dank für die ganzen Pakete. Ich habe noch mehrere Briefe, die werde ich on-stream öfter. Falls ihr mir auch mal zuschicken wollt. Der Text wird jetzt eingeblendet irgendwo. Zum Schluss geh ich mir nochmal ein schönes Lecker-Di. Das kennt ihr noch oben unten. Abo da und weitere Temp-Post-Videos. Und bis zum nächsten Mal. Euch malung. Wie geh jetzt. Bewife bis.